So, guten Morgen, liebe Journalistinnen und Journalisten. Herzlich willkommen zu unserem virtuellen Pressbriefing zur deutschen Corona-Warn-App. Mein Name ist Basen Zimmermann, ich bin Redakteur beim Science Media Center und freue mich auch ganz besonders, unsere drei Expertinnen und Experten hier willkommen heißen zu dürfen. Sie sollen dabei helfen, die Kontakte von SARS-CoV-2-Infizierten frühzeitig zu warnen und auch Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen, die deutsche Corona-Warn-App. Nach einigem Hin und Her, wie sie jetzt technisch ausgestattet werden soll, GPS oder Bluetooth, zentrale oder dezentrale Datenspeicherung, ist sie nun mit einiger Verspätung fertig. Ab heute Abend soll man sie auf sein Handy downloaden können und morgen soll sie dann auch offiziell vorgestellt werden. Trotz positiven Feedback bezüglich der Programmierung der App bleiben aber noch einige wichtige Fragen offen. Um einige davon beantworten zu können, haben wir hier heute eine recht interdisziplinäre Runde versammelt. Die einzelnen Fachleute stelle ich gleich noch vor, an dieser Stelle aber nochmal der Hinweis an Sie draußen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne in den Chat schreiben. Da bitte darauf achten, dass Sie unter dem Chatfenster eingestellt haben, dass Sie die Fragen an alle Teilnehmer versenden. Bitte nicht an einzelne Personen oder nur Moderatoren. Ein Kollege sammelt nämlich die Fragen und leitet sie dann an mich weiter und der muss die Fragen natürlich im Chat sehen, sonst kann Ihre Frage nicht gestellt werden. So, jetzt aber zu den Expertinnen und Experten. Ich mache das mal in alphabetischer Reihenfolge und fange an mit Prof. Dr. Cornelia Beetsch. Sie ist Heisenberg-Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt und Initiatorin des Projekts COVID-19 Snapshot Monitoring, kurz COSMO. Das ist eine Umfrage mit dem Ziel, einen Einblick zu erhalten, wie die Bevölkerung die Corona-Pandemie wahrnimmt. Frau Beetsch, Sie haben ja in der COSMO-Umfrage auch die Akzeptanz der Bevölkerung angeguckt. Vielleicht da ganz kurz zu Beginn, wie wird die App dann in der Bevölkerung ankommen und wie hat sich die Akzeptanz für die App vielleicht auch in den letzten Wochen und Monaten verändert? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Wir gucken uns seit mittlerweile 14 oder 15 Wochen an, was die Bevölkerung denkt. Wir sehen, wir haben seit Anfang April immer mal wieder gefragt, auch sehr regelmäßig, wie die Akzeptanz der App ist. Und da sehen wir im Moment, würde ich sagen, eine gewisse Skepsis. Am Anfang waren es so mal 60 Prozent, die die App gerne gehabt hätten. Das ging dann mal runter auf unter 50. Jetzt sind wir wieder bei so 53 Prozent. Das heißt, so richtig weiß es, weiß zumindest die Befragten, die bei unseren Studien teilgenommen haben, wissen es noch nicht so genau. Und ich denke, dass da sind, wir haben uns auch angeguckt natürlich, wie dieser Wechsel von Speichersystemen aussah und da sehen wir eigentlich keine große Änderung, als es diesen Wechsel gab und haben auch innerhalb dieser Studie mal experimentelle Ansätze verfolgt, also mal Informationen gegeben, die mal was Dezentrales oder was Zentrales beschrieben haben. Und auch da hat sich eigentlich nicht gezeigt, dass die Bevölkerung da groß reagiert hätte. Das heißt, das heißt, das zeigt in diesen Befragungen. Soll ich jetzt im Prinzip schon ein bisschen das Eingangstechnik mal weitermachen? Ja, kann das gerne machen. Ich wollte Ihnen nur jetzt keine, den anderen keine Redezeit mobsen. Alles gut. Insgesamt zeigt sich in den Daten, wir haben ja viele Befragungen auch experimentelle gemacht, drei Dinge sind da relevant. Einer ist die Freiwilligkeit, wir haben die Datenteilungsbereitschaft angeguckt und das Vertrauen in die Behörden. Das will ich jetzt noch mal ganz kurz erläutern. Also Freiwilligkeit haben wir mehrfach auch experimentell variiert. Also deine App ist freiwillig oder nicht freiwillig und wie entwickelt sich die Akzeptanz? Und da sehen wir eigentlich immer wieder, dass die Freiwilligkeit der App ein ganz, ganz wichtiges Feature ist. Es wird also eher abgelehnt und man nimmt eher in Kauf, dass Schulen länger zu sind oder Restaurants länger zu sind. Aber die App soll bitte freiwillig sein. Und das ist jetzt keine generelle Ablehnung von irgendwelchen Verpflichtungen. Wir sehen bei Masken das zum Beispiel anders. Da wird eine Pflicht eher befürwortet, sondern es scheint wirklich was sehr Spezifisches für diese App zu sein. und eine Studie mit Kollegen aus Kopenhagen hat dann noch gezeigt, dass die Leute zwar wissen, dass eine Verpflichtung dieser App oder auch eine Quasi-Verpflichtung, also ein Einsatz, man kann eher ins Restaurant gehen, wenn man die App hat, zum Beispiel, dass so eine Art Quasi-Verpflichtung zwar als effektiver wahrgenommen wird, aber trotzdem dann eher diese App abgelehnt wird. Also das ist die Freiwilligkeit. Das andere ist die Datenteilungsbereitschaft. Das ist natürlich bei dieser App, wie sie jetzt konzipiert ist, auch sehr wichtig, denn jeder, man muss die App nicht nur haben, sondern dann auch im Falle einer Infektion bereit sein, die Daten zu teilen. Und da sehen wir, dass bei den Leuten, die die App runterladen, diese Datenteilungsbereitschaft sehr hoch ist. Also das ist schon mal sehr positiv. Die ist auch gestiegen über die Zeit. Und hier spielen vor allem Risikowährung und Vertrauen in die Behörden eine Rolle. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Der dritte, das Vertrauen in die Behörden. Das ist über die Zeit immer der wichtigste Faktor gewesen, ob die Leute bereit sind, sich diese App runterzuladen. Ich denke, in der Zeit nehme ich noch ein bisschen wahr, dass es sehr wenig Informationen gibt, was denn dann mit der Person ist, die eine solche Warnnachricht bekommt, also dass sie ein erhöhtes Risiko hat. Ich denke hier, wir haben das auch innerhalb von Cosmo viel ab und zu abgefragt. Da geht es wirklich stark darum, dass man sehr klare Anweisungen gibt, was die Person dann machen soll, dass man sie da nicht im Ungewissen lässt. Leute wollen da konkrete Hinweise haben, wie sie dann vorgehen sollen. Und ich denke, der Erfolg der App wird sehr stark davon abhängen, wie die Institutionen, die dann damit verbunden sind, das hören wir jetzt sicherlich gleich auch noch im Gesundheitswesen, und also die Gesundheitsämter, die Ärzte, dann nachher die Informationen rausgeben, was dann zu tun ist. Aber das erst mal so aus der psychologischen Sicht. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir als nächstes zu Prof. Dr. Marcel Salaté. Er ist Professor für Digitale Epidemiologie an der ETH Lausanne in der Schweiz und ist auch maßgeblich an der Schweizer Tracing-App beteiligt. Herr Salaté, zu Anfang vielleicht direkt die wichtigste Frage. Man hat in den vergangenen Wochen und Monaten wir hatten ja viel davon gelesen, dass die Entfernungsbestimmung mittels Bluetooth so ihre Ungenauigkeiten hat. Aber genau da soll ja, genau so soll ja über die App ermittelt werden, ob Personen jetzt Kontakt hatten. Wie ist denn da der Stand der Technik und wie beurteilen Sie auf Basis dessen den potenziellen Nutzen solcher Corona-Warn-Apps? Genau, also auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist so. Es gibt in der Tat da natürlich Unschärfen, aber ich glaube, man muss mal mit am Beginn sehen, was eigentlich wirklich auch das Ziel dieser App ist. Diese Apps, ob jetzt das die Corona-Warn-App ist, die Swiss-Covid oder viele andere, die jetzt da überall loslegen, die sind ja alle auf diesem, auf dieser Schnittstelle von Google und Apple aufgebaut, dieses Exposure Notification. Und hier geht es eben darum, Leute zu informieren, falls sie in der Nähe von Personen waren, die dieses Virus hatten, in einem Zeitfenster, das epidemiologisch relevant ist. Und da ist es, glaube ich, auch immer ganz wichtig, klar zu sein, dass diese Apps ja nicht das normale Contact-Tracing ersetzen sollen, sondern als unterstützende Maßnahme dienen. Und wenn man da mal zurückgeht und sagt, wie funktioniert denn eigentlich das Contact-Tracing, dann sieht man, dass natürlich auch da diese Unschärfe vorhanden ist. Man spricht ja mit den Personen, man fragt sie, mit wem warst du in Kontakt? Und wir definieren jetzt mal Kontakt typischerweise in Europa als zwei Meter mindestens 15 Minuten. Das sind keine wissenschaftliche, präzise Größen. Es ist ja nicht so, dass man bei 1,95 Meter angesteckt werden kann und bei 2,05 Meter nicht mehr. Das sind einfach Abschätzungen, die sind einigermassen gut abgestützt von anderen Tröpfchen übertragbaren Krankheiten und vor allem einfach auch praktische Richtwerte. Also da gibt es auch eine große Unschärfe. Man versucht jetzt einfach mit diesem Bluetooth-Protokoll diese Näherung abzuschätzen. Und das ist ganz wichtig, das immer zu sagen. Es ist eine Abschätzung. Das Bluetooth-Protokoll wurde nie entwickelt, natürlich um Distanzmessungen zu machen. Man benutzt einfach die Abschwächung des Signals, um zu sagen, war das einigermassen nahe und war da, weil die Distanz schwächt das Signal ab und auch Objekte schwächen das Signal ab. Also wenn da zum Beispiel eine Wand dazwischen ist, dann wird das Signal auch stark abgeschwächt. Und so kann man das dann rausfiltern und sagen, ja gut, das Signal hier war stark genug, dass man davon ausgehen kann, dass hier zwei Personen wirklich nahe beieinander waren, genug nahe, um sagen zu können, dass es vermutlich besteht hier eine mögliche Übertragungsgefahr, so wie das auch beim normalen Contact-Tracing ist. Da werden laufend Messungen gemacht, in Deutschland, in der Schweiz, ich bin sicher, auf der ganzen Welt. Und die werden natürlich dann auch die ganze Zeit angepasst. Wir müssen natürlich auch erst mal sehen, was dann in den nächsten Wochen eigentlich geschieht. Die Erfahrungen aus Italien im Moment zeigen zumindest, dass man hier nicht irgendwie Tausende von Alarmen kriegt und die Gesundheitsämter überrannt werden. Wir starten zumindest in der Schweiz hier eher ein bisschen auf der konservativen Seite. Und auf Basis dessen, wie würden Sie dann so ein bisschen den Nutzen der Apps beurteilen? Also würden Sie sagen, das ist ein sinnvoller ergänzender Faktor? Ja genau, so würde ich das beschreiben, sinnvoll ergänzend. Also das war von Anfang an, glaube ich, nie die Idee, dass man hier sagt, man hat hier die App als Wundermittel, die alle anderen Maßnahmen unnötig macht. Das ist wirklich eine Unterstützung, weil man kennt ja auch die Stärken und die Schwächen des normalen Contact-Tracing. Man versucht mit dieser App hier das zu unterstützen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man bei dieser Unterstützung nicht zu stark in die Privatsphäre eingreift. Und das war halt zu Beginn ein bisschen die technische Diskussion über Dezentral-Zentral. Aber das ist jetzt mal erledigt. Gut, und dann kommen wir zur letzten im Bunde. Dr. Ute Teichert. Sie ist Direktorin der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf und Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. Frau Teichert, Sie kommen quasi so eben aus einer Videokonferenz, unter anderem mit Jens Spahn und Lothar Wieler, in der die Grundfunktion der App und die Rolle der Gesundheitsämter besprochen wurde. Was ist denn jetzt Ihre Einschätzung danach? Was erhoffen Sie sich von der App und wie wird sich die App in die Arbeit der Gesundheitsämter eingliedern? Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich würde gerne direkt an das anknüpfen, sozusagen, wo Herr Salaté eben aufgehört hat, wenn ich das Thema Unterstützung sozusagen mal als Symbol nach vorne nehme. Mit der App bekommen wir jetzt einen Weg, sage ich mal, in einen neuen Medizinbereich, in den Bereich Telemedizin. Wir nehmen ein technisches Hilfsmittel sozusagen zur Unterstützung der Kontaktpersonenermittlung. Wir haben eben sehr ausführlich die einzelnen Funktionen erleidert bekommen. Es ist so geplant, dass die App, wie gesagt, einen Warnhinweis für denjenigen gibt, der einen Kontakt gehabt hat und der kann dann selbstständig entscheiden, was er damit macht, ob er andere Personen warnt und auch welche Konsequenzen er daraus zieht. Und dieser Punkt, Frau Bitsch hat das ja auch eben angesprochen, ganz wichtig ist dieser Punkt Freiwilligkeit. Das führt natürlich dazu, dass es, so habe ich es auch gerade von Ihnen verstanden, Frau Bitsch, eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung gibt. Man muss aber wissen, es gibt keinen Austausch der Daten und ich glaube, das ist auch das, was für die Bevölkerung wichtig ist, was aber auf der anderen Seite natürlich für die Gesundheitsämter ein bisschen schade ist. Da muss man abwägen gegeneinander. Für uns wäre es natürlich wesentlich einfacher in der Arbeit. Wir würden die Daten sozusagen auch direkt bekommen aus diesem System heraus. Das ist aber definitiv nicht vorgesehen. Also es ist ganz klar betrennt, wahrscheinlich auch zur Beruhigung für alle Datenschützer erhöht, auch mit Sicherheit die Akzeptanz in der Bevölkerung. Für die Gesundheitsämter ist es dann aber natürlich ein Add-on, so wie Sie es gerade gesagt haben, unterstützend Zusatz. Das heißt, wir werden jetzt neue Kontaktpersonen bekommen über die App, die wir wahrscheinlich auch ohne die App gar nicht bekommen hätten, weil man ja bisher sozusagen auf den Faktor Mensch angewiesen ist, also auf die Erinnerung der Person in der Kontaktpersonenermittlung. Und da habe ich jetzt eine technische Unterstützung. Das heißt, ich werde sicherlich mehr Kontaktpersonen ermitteln. Und das ist natürlich eine gute Chance im Moment. Die Infiziertenzahlen in Deutschland sind ja eher niedrig, sodass man auch nicht davon ausgehen muss, dass jetzt die Kontaktpersonenzahl rasant über die App erst mal ansteigen wird. Sondern ich denke, das wird sich in einem handelbaren Rahmen halten. Und dann kann man halt gucken, wie entwickelt sich das? Der Bundesgesundheitsminister hat eben vorgestellt, dass auf jeden Fall die App auch weiterentwickelt wird, angepasst wird an den laufenden Betrieb. Es gibt also auch noch Probleme hinsichtlich der Laborschnittstellen. Die sind noch nicht komplett drin. Also im Moment muss man unter Umständen noch eine Schleife drehen, weil noch nicht alle Labors in diesem System drin sind. Das wird aber jetzt im Laufe der nächsten Wochen nachgebessert mit den neuen App-Entwicklungen. Für die Gesundheitsämter heißt es aus meiner Sicht, es ist eine Ergänzung der Kontaktpersonenermittlung, die mit Sicherheit zu mehr Arbeit führen wird. Und das in einer Zeit, wo die Gesundheitsämter eh zu wenig Personal haben. Sie hatten schon vor Corona zu wenig Personal. Die sind durch Hilfskräfte in der Zeit massiv aufgerüstet worden. Die Hilfspersonen werden aber jetzt alle wieder abgerufen oder zu großen Teilen, sodass wir auf jeden Fall darauf hinweisen möchten, dass wenn jetzt durch die App eine nennenswert höhere Anzahl von Kontaktpersonen gefunden wird, dann muss man das auch bei der Personalberechnung in den Gesundheitsämtern natürlich berücksichtigen. Das ist eine andere Schnittstelle an der Stelle, aber die müssen ja alle abgearbeitet werden. Man kann ja die Leute nicht sozusagen mit der Warnung alleine lassen. So wie es uns dargestellt wurde, gibt es also entweder die Variante, man meldet sich beim Hausarzt oder man meldet sich beim Gesundheitsamt, wenn man eine Warnung bekommt. Und dann kann man eben abklären, ob eine Testung erfolgt. Aber ich denke, die meisten Menschen werden ja, wenn sie so eine Warnung auf ihrem Handy haben, denken, jetzt will ich mich auch testen lassen. Und dann haben wir natürlich den ganz normalen Lauf, der jetzt auch ist. Nur wir haben einfach mehr Personen. Und das ist so mein ganz, ganz dringender Appell, auch nochmal an die Öffentlichkeit zu sagen, das ist gut, dass wir auch technische Systeme zur Unterstützung nützen. Wir wollen ja die Pandemie bekämpfen. Wir wollen auch möglichst früh die Kontaktketten unterbrechen. Wir wollen keinen weiteren Lockdown oder sonst was haben. Aber dann müssen wir eben auch da an der Stelle, wo mehr Personal notwendig ist, auch das Personal aufstocken. Und das ist dann in den Gesundheitsämtern der Fall. Und Sie sagten jetzt quasi, dass es quasi den Leuten empfohlen wird, sich dann beim Gesundheitsamt oder dem Hausarzt zu melden, wenn die einen positiven Bescheid über die App bekommen haben. Werden die dann prioritär getestet? Gibt es dafür überhaupt Kapazitäten? Oder ist es dann einfach nur, man meldet sich erst mal mit der App beim Gesundheitsamt und die entscheiden dann nach jedem Fall. Und vielleicht können Sie da aus deutscher Perspektive was zu sagen, Frau Teichert und Herr Salaté, vielleicht aus Schweizer, wie das bei der Schweizer App geplant ist? Also Testkapazitäten gibt es genug. Der Minister hat eben dargestellt, wir haben eine Million Testkapazitäten. Davon werden zurzeit noch 400.000 genutzt. Also da ist auf jeden Fall noch Platz sozusagen. Aber natürlich muss man erst mal eine Risikoabwägung machen, weil das System sagt ja nur, da haben zwei Handys sozusagen Bluetooth-Kontakt gehabt. Das sagt ja noch nichts darüber, wie war der Kontakt der Personen untereinander. Saßen die nebeneinander? Haben die Mundschutz angehabt? Haben die sich geküsst? Das sind ja unterschiedliche Risikofaktoren, die für eine Übertragung eine Rolle spielen können. Sprich, also alleine nur, weil die App einen hinweist, da hat es einen Kontakt gegeben, das muss erst mal weiter verifiziert werden. So wie jeder andere Kontakt auch. Und dann, wenn da sozusagen die Handhabe besteht und man eben denkt, ja, okay, da gibt es ein Risiko, dann denke ich, werden auch die Testungen veranlasst. Und ich glaube auch, dass wir genügend Testkapazitäten dafür haben. Und in der Schweiz ist das ähnlich gedacht, Herr Salaté, wissen Sie das? Ja, das ist ähnlich gedacht. Also hier ist es so, dass man sagt, gut, wenn die App was angibt, dann geht man davon aus, dass es hier eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass eben effektiv eine Übertragung stattgefunden hat. Ob es dann wirklich so war oder nicht ist, das muss man dann sehen. Aber es ist zumindest, man sieht, dass es eine gute Grundlage für Testen an. Wir haben auch in der Schweiz eigentlich viel mehr Testkapazitäten jetzt, als dass wir Fälle haben, was natürlich sehr gut ist. und dass man dann sagt, okay, das ist jetzt eine Gruppe, die wir speziell testen werden. Das ist effektiv so. Ich glaube, die größere Frage ist dann eher, was macht man mit diesen Testresultaten und wie ist es genau geregelt mit der Quarantäne? Und das ist auch hier noch ein Prozess, der noch genau etabliert werden muss in den nächsten Tagen und Wochen. Gut, dann starten wir auch mal mit den konkreten Fragen. Eine Frage an Frau Beetsch. Welche Handlungsempfehlungen sollte man Ihrer Meinung danach bekommen, wenn die App quasi eine Exposure meldet oder wenn die eine Warnung ausspricht? Ich war ja auch ganz am Anfang hier in diesem Konsortium, was hier angefangen hat, diese App zu entwickeln mit dem Fraunhofer-Institut. Und da haben wir sehr lange darüber geredet, was muss die Person denn eigentlich bekommen, weil das natürlich auch ein arges Gesundheitsrisiko ist, das sie auch möglicherweise bedroht. Im Moment nimmt die Risikowahrnehmung da zwar wieder ab, aber da sollte sehr klar sein, also wenn ich das jetzt in der Stadt bekomme, sollte ich mich dann in ein Taxi setzen oder soll ich meine Einkäufe noch weitermachen oder soll ich direkt nach Hause gehen, quasi nicht über los, sondern versuchen möglichst schnell, mich von anderen Leuten zu entfernen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich habe diese App ja noch nicht gesehen, was dann für Nachrichten potenziell kommen können. Aber das sind alles Dinge, die man sich, glaube ich, fragen sollte. Also was denkt die Person dann, wenn sie das sieht und welche konkreten Handlungsempfehlungen bekommt sie? Und ich habe vorher jetzt versucht, so ein bisschen herauszufinden, was für Messages da verteilt werden. Ich würde das auch für sinnvoll halten, wenn man die vorher mal sehen könnte als Nutzer, dass man so ein bisschen vorbereitet ist. Ich finde persönlich, wenn es jetzt nur ist, ruft ein Arzt an, fände ich das nicht sehr ausreichend. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Vielleicht, Frau Teichert, können Sie da noch mal was dazu sagen? Vielleicht wurde das jetzt in der Telefonkonferenz auch mitgeteilt, was für Informationen denn die Ärzte, die Gesundheitsämter haben, was sie den Leuten sagen. Also letztlich, wir haben ja auch viel abgefragt, ist Quarantäne oder Selbstquarantäne als Folgemaßnahme einer solchen Nachricht akzeptiert. Das war relativ gut akzeptiert. Also das ist da, denke ich, fehlt das noch ein bisschen an öffentlichen Informationen, was dann konkret diese App liefert. Also was mache ich als Person, wenn ich eine solche Nachricht bekomme? Ich glaube, je konkreter da der Schutz für mich und für andere vor allem angeleitet wird, umso besser. Denn das zeigten auch einige Substudien, die wir gemacht haben, dass der soziale Nutzen, wenn der betont wird, also dass sich dann eben auch andere mitschützen kann, dass das relativ positiv wirkt, auch auf die Datenteilungsbereitschaft und so weiter. Also das verstehen die Leute, dass das eher ein Mittel ist, um die Infektion auch sozial sozusagen einzudämmen und zu kontrollieren. Ich glaube, darauf kann man aufbauen. Aber ich denke, dass das auch in die Medien stark reingehen sollte. Wie sehen denn solche Informationen aus, die man dann in dieser App bekommt? Ich kann es Ihnen leider nicht sagen, wie ist in echt das nun, was ich mir wünschen würde. Genau, das war ja auch quasi die Frage. Haben Sie da Infos zu Frau Teichert? Ist da schon was besprochen worden, wie das da in der Hinsicht konkret aussehen soll? Also tatsächlich haben wir noch keine Bilder oder so gesehen und auch keine Nachrichten. Es ist angekündigt, dass heute im Laufe des Tages, wahrscheinlich am Ende des Tages von dem Robert-Koch-Institut, dazu Unterlagen verteilt werden an die Gesundheitsämter, wo auch konkret sozusagen die Meldungen drin zu sehen sind. Es wurden auch keine gezeigt. Das heißt auch, ich kann da nicht so sehr viel mehr zu sagen, außer dass berichtet wurde, es gäbe ein rotes Signal sozusagen, was dann heißt, dass man Kontakt gehabt hat. Und es wurde so mündlich berichtet, dass man den Hinweis eben bekommt, entweder über die 116, 117 zu gehen oder das Gesundheitsamt anzurufen. Aber tatsächlich kenne ich den genauen Wortlaut auch noch nicht und habe auch noch keine Bilder dazu gesehen. Okay. Dann vielleicht eine andere Frage an Herrn Salaté. Ganz konkret, ich weiß nicht, ob man das konkret sagen kann bei der Bluetooth-Genauigkeit, aber in welchem Bereich kann der Abstand zu einer infizierten Person bei einer Warnung variieren? Also wie kann da die Ungenauigkeit sein? Und kann die App eben solche Sachen erkennen wie Wand, Fenster, ähnliche Barriere zwischen den Personen? Ja, nee, so genau kann man das nicht sagen. Man muss auch sehen, oder jedes Gerät, jeder Typ von Gerät hat einen anderen Bluetooth-Chip und eine andere Bluetooth-Signalstärke. Da finden jetzt auch ganz viele Kalibrierungsmessungen statt und das geschieht natürlich auch teilweise auf der Seite der Hersteller. Letztendlich, ohne jetzt allzu groß in die technischen Details zu gehen, kann man als Entwickler dann letztendlich entscheiden, welches ist die Signalstärke, die ich als nahe oder nicht nahe empfinde. Und hier gibt es Messungen, die, und da wird es auch weiterhin viele geben, die zeigen, dass man bei gewissen Signalstärken eigentlich schon sehr stark eben davon ausgehen kann, und dass diese Person wirklich in einem Radius von rund zwei Metern eben mit einer gewissen Unschärfe war. Die interessante Frage ist ein bisschen, was auch vorher angesprochen wurde, nicht jetzt unbedingt mit der Mauer oder so dazwischen, da kann man schon sehen, dass die Signale sehr stark abgeschwächt werden, das kann man sehen, aber eben Geschichten, wie zum Beispiel diese Plexiglas-Wände, die jetzt überall sind, oder auch Masken und so weiter. Hier haben wir uns auch immer gefragt, wie machen wir das? Messen können wir das ja nicht. Und ich bin hier völlig einig, auch mit der Frau Teichert, eben, dass man wirklich sagt, ja gut, also das ist jetzt ein zusätzliches Mittel, und letztendlich muss man das aber dann wieder eben mit einer Person besprechen. Man kann natürlich nicht, das ist natürlich Teil des Datenschutzes, dass man nicht genau sagen kann, du warst da und dort in Kontakt mit dieser Person. Das würde eben den Datenschutz verletzen, aber dass man wirklich dann auch im Gespräch auf die Person eingeht und sagt, wie sieht denn dein Alltag aus? Und wenn es sich da zum Beispiel herausstellt, dass jemand laufend unter sehr guten Schutzbedingungen gearbeitet hat, dass man dann vielleicht eine andere Maßnahme vorschlägt, als jemand, bei dem das eben nicht so war. Also das ist der Mensch, finde ich, und der Prozess, der dann danach kommt, eigentlich viel, viel wichtiger noch, als ob jetzt dieses Bluetooth, diese Bluetooth-Messung auf 20 Zentimeter genau war oder nicht. Aber kann man da irgendeine grobe Angabe machen, dass man jetzt sagen kann, so ein Großteil der Fälle ist die Bluetooth-Ungenauigkeit ungefähr x Meter? Nee, weil das kommt auch wirklich völlig auf die Umstände drauf an. In einem Zug zum Beispiel ist die Situation wieder anders aus draußen, wo es wieder anders ist als in einem Raum und so weiter. Das kann man so pauschal nicht machen. Man kann einfach sagen, dass man mit einer guten Wahrscheinlichkeit sagen kann, war diese Person in der Nähe. Auch da wird es natürlich Fehler geben. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Sogenannte False Positives, also wo man sagt, ja, die Person war in der Nähe, aber sie war eigentlich recht weit weg. Und aber auch natürlich aus epidemiologischer Sicht eigentlich eher problematisch die False Negatives, wo dann vielleicht jemand nah war. Aber das wird nicht mit der App aufgenommen. Also man muss sich im Klaren sein, dass auch hier eine Unschärfe bestehen wird. Wie gesagt, das ist nicht das Wundermittel. Es soll einfach eine Unterstützung sein. Und dann noch eine Frage an Frau Teichert. Also die Kontakte bleiben ja anonym. Und dann ist die Frage, dann kann ja bei dem Kontakt, der über die App gemeldet wird, gar nicht genauer aufgeklärt werden, weil das Risiko gar nicht bekannt ist, weil der konkrete Fall im Endeffekt nicht bekannt ist. Und muss dann nicht eigentlich auch jeder einfach getestet werden, der eine Warnung erhält, weil man jetzt nicht wirklich über die App, ja, über die App-Meldung den Unterschied der Kontakte erkennen kann? Also über die App bekommt man so nur einen Hinweis, dass man Kontakt hatte. Und man bekommt auch nur den Tag. Man bekommt noch nicht mal irgendwie die Uhrzeit oder so genannt, so habe ich es vorhin verstanden. Sodass man also nur vage weiß, dass man Kontakt hatte. Beziehungsweise Professor Wieler hat eben erzählt, das müsste man sich vielleicht auch nochmal angucken, dass man auch einen Hinweis bekäme, wenn man mehrfach Kontakt gehabt hat. Also dass man nicht nur quasi eine rote Ampel, sondern dass man dann auch sehen kann, ich habe fünfmal Kontakt mit jemandem gehabt oder so irgendwie. Da ich aber noch keine Bilder davon gesehen habe und die Warnung nicht kenne, bin ich nicht ganz sicher, wie das nachher läuft. So, und dann wird man natürlich hingehen müssen und wird jeden, der sich meldet, nach dem individuellen Kontakt-Personenschema sozusagen bearbeiten müssen, wie man alle anderen jetzt auch bearbeitet. Und so sich da irgendein Hinweis ergibt, gehe ich einfach davon aus, dass man dann auch testen wird. Ich wäre nur vorsichtig, diesen Automatismus gleich zu koppeln und zu sagen, jeder, der, sage ich mal, eine Warnung auf der App hat, wird auf jeden Fall unbedingt auch getestet. Und da denke ich immer, man muss das nochmal individuell abwägen, eben unter all den Gesichtspunkten, die wir da jetzt gehabt haben. Und man müsste auch vielleicht den Leuten nach draußen mitgeben, dass man nicht sagt, also das bedeutet jetzt automatisch, ja, ich habe eine hohe Gefahr, weil ich habe eine rote Farbe da auf der App und um Gottes Willen, und da passiert jetzt, wer weiß Gott was. Sondern nein, es ist ein Hinweis von mehreren in einer Kette von Ereignissen, die man sich angucken muss. Und es bedeutet nicht automatisch, wenn ich eine rote Lampe da auf der App kriege, dass ich ganz besonders hochgefährdet bin. Also ich glaube, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, wie man das einsortiert insgesamt. Dann vielleicht noch eine technische Frage an Herrn Salaté. Also der Code ist ja Open Source, also öffentlich veröffentlicht worden. Wissen Sie, was da so an Verbesserungsvorschlägen kam von außen und ob das quasi sinnvoll war? Ich denke mal, ich weiß gar nicht, wie in der Schweiz da der Prozess bei der App war, ob es da quasi auch so ein Open Source Feedback Prozess gab. Aber kam da was an Feedback, kam da Sinnvolles? Ich habe, glaube ich, vor einigen Tagen auch gelesen, dass es da, dass dann einige IT-Sicherheitler, dass sie da ein paar mögliche Sicherheitsfehler gemeldet haben. Und ich gehe mal davon aus, dass sie, wenn sie da einer gescheiten Practice gefolgt sind, die auch vorher an die Entwickler gemeldet haben und nicht direkt veröffentlicht haben. Was wissen Sie da, was da so gekommen ist? Und war der ganze Prozess so damit sinnvoll? Ja, ja, der Prozess war sinnvoll. Also das war auch sehr transparent. Wir haben dieses Cyber Security Center, das bei uns beim Bund angegliedert ist. Und da werden diese Informationen, diese Inputs gesammelt. und auf die wird eingegangen. Und das ist auch alles transparent und öffentlich. Und da kommen laufend Inputs rein. Und die werden natürlich dann auch angegangen. Das ist ja auch genau die Idee. Also das finde ich insbesondere auch die Stärke eines solchen Systems, dass man eben sagt, okay, wenn jemand eine Schwachstelle sieht, die eben noch niemand gesehen hat, dann bitte unbedingt melden, dass man die angehen kann. Das ist ja auch bei hochprofessioneller Software, die wir alle jeden Tag benutzen, weiß man, es gibt da immer wieder Schwachstellen, die sich noch niemand überlegt hat. Und wenn man die eben durch einen solchen Prozess sehr schnell finden kann und sehr schnell dann auch ausmerzen kann, dann ist das meiner Meinung nach eben genau die Stärke dieses offenen und transparenten Prozesses. Und vielleicht noch direkt als andere Frage aus einem ähnlichen Bereich. Inwiefern ist die App denn down-kompatibel mit älteren Betriebssystemen auf älteren Geräten? Ich meine, da gab es ja auch irgendwelche Listen, womit die kompatibel sind. Und welche Handlungsempfehlungen kann man Nutzerinnen geben, die einfach ein älteres System verwenden oder ein Handy, das nicht kompatibel ist? Gibt es da vielleicht auch schon irgendwelche Pläne? Also es war ja auch mal die Rede von irgendwelchen Wearables, also Armbändern oder so, die nur das Bluetooth-Signal aussenden. Ist da vielleicht auch irgendwas in Planung in der Hinsicht? Ja, das sind zwei gute Fragen, aber auch zwei unterschiedliche Fragen. Also es ist effektiv so, weil eben diese Schnittstelle jetzt existiert auf den Betriebssystemen, die eben über 99,5 Prozent aller Smartphones halt auch haben. Da ist eine gewisse Limite drin, dass eben gewisse alte Geräte das nicht können. Und ich habe noch keine genauen Zahlen gesehen, aber ich habe gelesen, dass das im tiefen einstelligen Bereich ist oder allenfalls so bei 10 Prozent auch. Müssen wir aber noch genau herausfinden. Aber das liegt nicht an den App-Entwicklern, sondern das liegt effektiv in der Bereitstellung dieser Schnittstelle von den Herstellern. Ob die da noch weiter zurückgehen in Zeit, ich persönlich hoffe es, damit da wirklich niemand vorausgelassen wird. Die andere Frage, könnte man dieses Protokoll im Prinzip auch in ein anderes Gerät, das kein Smartphone ist, wie zum Beispiel ein Armband. Ja, das könnte man rein theoretisch. Wir sind jetzt da im Moment noch nicht dran, weil wir wollen jetzt erstmal die Erfahrung sammeln mit den Mobilgeräten, die die Personen haben. Und um dann auch zu sehen, ob das überhaupt funktioniert. Ich glaube, man muss da auch immer eine gewisse Offenheit haben, dass man sagt, gut, wir versuchen das. Aber wir müssen auch ehrlich sein und sagen, man könnte, es könnte sich auch zeigen, dass das alles gar nicht funktioniert am Schluss. Man muss die Übung wieder abbrechen. Ich denke es eigentlich nicht, aber man muss da offen sein. Und ich denke, bevor wir jetzt wirklich noch weiter rausgehen und sogar noch zusätzliche Hardware entwickeln, testen wir das erstmal mit den Smartphones und schauen, wie das geht. Das wäre meine Meinung. Dann meine Frage so ein bisschen an Sie alle. Da kann, wer auch immer sich am berufendsten fühlt, sich dazu gerne melden, dass die Frage, wie viel Prozent der Bevölkerung mitmachen müssen, damit die Warn-App ein sinnvolles Instrument ist. Es gab ja immer diese Oxford-Studie, die dann so ein bisschen von diesen 60 Prozent gesprochen hat, was dann ja auch sehr viel zitiert wurde. Da haben die Autorinnen und Autoren ja, glaube ich, auch kürzlich gesagt, das muss gar nicht ganz 60 Prozent sein. Dann auch darunter ist es sinnvoll. Wie würden Sie es denn im konkreten Fall einschätzen? Vielleicht auch gerade jetzt in der Situation, wo es etwas weniger Fallzahlen im Moment gibt. Genau, vielleicht, Frau Teichert, haben Sie dazu eine Vorstellung? Ja, ich habe eine Vorstellung. Ich glaube, dass jeder, der die App nutzt, ein Gewinn ist. Ich würde auch nicht denken, dass man das jetzt sozusagen an irgendeinem Fixpunkt 60 Prozent oder 40 oder 50, besserher verschiedene Zahlen durch die Gegend, dass man das daran orientieren sollte, sondern ich würde eher denken, es ist eine Chance. Und selbst wenn es nur wenige nutzen, wird es uns ja neue Erkenntnisse bringen. Wir nutzen ein neues technisches Medium zur Unterstützung einer anderen Geschichte. Und wir werden auf jeden Fall daraus lernen. Also wir werden das ja auch weiterentwickeln. Wir werden all die Fragen, die sich jetzt stellen, dann auch mal im Echtbetrieb sehen. Insofern ist für mich jeder einzelne Nutzer sozusagen der Richtige und wird das System nach vorne bringen. Je mehr es machen, ist natürlich umso besser. Aber ich würde nicht sagen, wenn nicht mindestens so und so viele daran teilnehmen, dann ist das System gescheitert. Das finde ich falsch, weil ich glaube, es ist eine historische Chance, dass wir jetzt mit einem neuen System neue Wege gehen. Und das sollten wir nutzen. Und nicht daran festmachen, nach dem Motto, das ist ein Misserfolg, wenn es nicht so und so viele anwenden. Und je mehr es, also es wird sich auch verbreiten. Die Leute werden sich darüber unterhalten, werden sich das gegenseitig erzählen. Und dann wird man ja sehen, ob das eine hohe Akzeptanz findet oder nicht. Kann ich vielleicht auch noch was ergänzen, also ich glaube, ich würde da auch an die Neugier, auf die Neugier der Leute setzen. Das ist eine neue App, was man kann mal ausprobieren, was dann passiert. Dann ist natürlich wichtig, dass wenn mir was angezeigt wird, die meine Gesprächspartner mir in die Sicherheit vermitteln, dass sie auch wissen, was ich damit jetzt machen soll. Ich glaube, wenn ein Framing dieser Situation, was hat Herr Salatier auch gerade schon gesagt, ist vielleicht auch so eine Art Citizen Science Projekt. So wurde das auch ein bisschen mit den Pulsuhrenprojekten des RKI mitgetrieben. Ja, wir alle tragen dazu bei, dass wir was Neues lernen darüber, wie man eine Pandemie bekämpfen kann und können unseren Teil dazu beitragen. Das muss nicht von vornherein immer alles funktionieren und perfekt laufen, sondern das ist ja auch Work in Progress. Und ich glaube, dass diese Art von Framing vielleicht auch ein ganz interessanter Ansatz ist, der dazu beitragen kann, die Bereitschaft hier zu erhöhen. Und das spielt jetzt quasi schon in die nächste Frage rein, die ich geplant hatte. Also wie sollte die Bundesregierung denn jetzt die Bürger von der App überzeugen? Also was tut sie und wissen Sie vielleicht auch schon, was da so an PR-Kampagnen in Anführungszeichen so geplant ist? Also irgendwie, DFB soll das ja, glaube ich, auch vermarkten oder so. Ich weiß nicht, ob Sie, also was halten Sie dafür sinnvoll? Fragen Sie mich das auch? Genau. Ja, ich weiß nicht, was konkret geplant ist. Wir teilen natürlich diese Kosmodaten, die wir jede Woche haben, auch mit dem Gesundheitsministerium. Da kommt natürlich einfach immer raus, Vertrauen in die Regierung ist wichtig. Da das aufrechtzuerhalten ist natürlich relevant. Und aus der Marktforschung ist immer klar, dass wenn beliebte Leute das nutzen, dann möchten andere das auch haben. Also das ist sicherlich ein sinnvoller Ansatz, um das zu vermarkten. Ich denke, was wir in den Daten sehen, ist, dass der Datenschutz im Zweifel am persönlichen Vorteil für viele, die es nicht wollen, relevant war. Darauf kann man natürlich reagieren über korrekte Informationen. Wir sehen auch, dass Leute, die viel Informationen suchen, eher diese App haben wollen. Das heißt, sowas wie ein integriertes Informationsfeature könnte noch etwas sein. Ich weiß auch nicht, ob die App das haben wird, was Leute dazu bringt, diese App zu nutzen, also sich über Corona umfassend zu informieren. Was gibt es Neues, wie viele Fälle und so weiter. Das könnte was sein, was eben auch noch ein Zugpferd ist. Und ansonsten sehen wir natürlich, dass der potenzielle soziale Nutzen, also dass sich auch andere damit schützen kann und auch dazu beitragen kann, dass das soziale Leben wieder läuft. Das sind alles Aspekte, die die Leute positiv und als Zielargumente gesehen haben. Gut, dann die nächste Frage wäre wohl an Herrn Salaté. Und zwar hat die Nachverfolgung per App denn entscheidende Geschwindigkeitsvorteile gegenüber dem klassischen Contact Tracing? Also können so dann auch mehr präsymptomatische Übertragungen verhindert werden? Ja, theoretisch. Also das ist auch wieder eine operationelle Frage. Man darf hier wieder, ich glaube, es ist immer wichtig, einfach diese App wirklich als ein Teil in einem gesamten Prozess zu sehen und da muss wirklich alles mitspielen. Natürlich kann es grundsätzlich ein Vorteil sein von der Technik, dass sie eben schnell ist und wenn man das richtig zu nutzen weiß, dann kann das durchaus ein bisschen schneller gehen. Aber wie gesagt, die Frage ist ja, wie schnell geht die Person mit Symptomen dann effektiv auch eben ins Gesundheitssystem hinein? Wie schnell werden die getestet? Wie schnell kommen die Resultate zurück? Wie schnell ist die Person dann auch wieder bereit, das eben dann mitzuteilen? Und dann kommt die Technologie und ja, hier geht es jetzt sehr schnell und dann kommt wieder das Menschliche. Wie schnell sind dann die Personen, die informiert werden, dann auch wirklich wieder bereit, eben sich wieder ins Gesundheitssystem einzugehen und wie schnell sind die ganzen Nachfolgeprozesse und so weiter? Also ja, Schnelligkeit kann man dazu beitragen, aber ich glaube, weil eben so viele operationelle und menschliche Prozesse dazwischen ist, muss wirklich das ganze System auf Geschwindigkeit ausgesetzt sein und nicht nur die App. Und genau, die nächste Frage ist so ein bisschen zu der internationalen Zusammenarbeit, jetzt vielleicht auch, wo ein bisschen mehr Grenzöffnungen wieder an den Start kommen. Inwiefern ist die App denn mit anderen Apps international kompatibel? Also da wird es ja sicher auch Probleme geben, ob es jetzt den zentralen oder dezentralen Ansatz gibt. Gibt es auch schon Informationen darüber, wie der internationale Austausch von den Daten dann funktionieren könnte? Zum Beispiel, ja, ich meine, das beste Beispiel wäre vielleicht die Schweizer und die deutsche App, die deutsche App, da kennen Sie sich ja sicher aus. Herr Salaté, gibt es da schon irgendwelche Pläne, dass das kompatibel sein könnte? Ja, die gibt es und da gibt es auch ganz viele Besprechungen dazu und das ist auch schon recht fortgeschritten. Die Tatsache, dass wir jetzt alle dasselbe oder zumindest die Dezentralen, die das auf Apple und Google Schnittstelle machen, dasselbe Protokoll benutzen, ist natürlich von einem großen Vorteil, weil eben das sind dann eigentlich ähnliche Systeme, die einfach operationell anders umgesetzt werden und hier sind sehr aktiv Gespräche im Gang auf europäischer Ebene, auch auf internationaler Ebene, dass man das dann wirklich gut lösen kann. Der Vorteil ist jetzt eben, dass wir in einem Infektionsfall eben alle dieselben Daten teilen, nämlich keine Kontaktdaten, sondern einfach diese Codes, dass eben eine Person infiziert war und wenn ich zum Beispiel dann in Deutschland unterwegs bin und dann zurück in die Schweiz gehe und dann merke, mir geht es nicht gut, ich mache einen Test, ich bin dann Covid-positiv, dann kann ich eben diese Information auch mit dem deutschen System ganz einfach und automatisch teilen, sodass dann eben die Person, mit denen ich in Deutschland in Kontakt war, dann auch informiert werden können. Also diese Diskussionen sind jetzt im Gange. Die Frage ist noch ein bisschen, was macht man mit Systemen, die eben diese Schnittstelle nicht benutzen, aber wir konzentrieren uns natürlich im Moment auf die Systeme, die sie benutzen. Nach den Smartphone-Nutzern in Deutschland und hat nicht gerade ältere Leute, also eben die Risikogruppe, haben die nicht eben kein Smartphone. Und Frau Betsch, vielleicht gibt es da in Ihren Daten auch schon so ein bisschen Hinweise dazu, wie die unterschiedlichen Altersgruppen die App nutzen wollen oder wie die Akzeptanz nach Altersgruppen verteilt ist? Also dazu kann ich zumindest sagen, dass Alter nicht durchgängig ein signifikanter Prädiktor war. Also es ist jetzt nicht so, dass nur die Jungen oder nur die Männer oder nur die jungen Männer oder irgendwelche Kombinationen davon jetzt besonders heiß auf die App gewesen wären, sondern es ist tatsächlich das Vertrauen in die Behörden, die Häufigkeit der Informationssuche und noch ein weiterer Faktor, der mir gerade nicht einfällt, waren die relevanten Prädiktoren über die Zeit. Das heißt, das sind, das geht ja quer durch die Bevölkerung. Dass jetzt natürlich so eine Downward- Komfortibilitätsproblematik da auftritt, das könnte da für die Altersgruppen vielleicht relevanter werden, weil vielleicht eher die jüngeren Leute immer die neueren Modelle der Handys haben, aber ich denke, das wird sich dann weisen, aber zumindest in den bisherigen Daten können wir es nicht sehen. Frau Teichert, vielleicht an Sie nochmal die Frage, wie kann man denn überhaupt sicherstellen, dass wirklich nur Infizierte eben auf die, ja also quasi auf die App reagieren? Also es war ja die Rede davon, dass man quasi mit einem QR-Code bestätigen muss, dass man infiziert ist, bevor dann dieser positive Infektionsstatus in die App eingespeist wird, sage ich mal. Und dann ist die Frage, sind dazu alle Gesundheitsämter oder Testcenter, was auch immer, dazu technisch in der Lage und dann war ja die Rede davon, dass es da vielleicht solche Call-Centers, die dann von der Telekom auch eingerichtet werden könnten, geben soll, um ja das dann per TAN und nicht per QR-Code quasi die Verifizierung zu machen. Ist das datenschutzrechtlich sauber und inwiefern ist das quasi geplant? Also zum Datenschutz kann ich nichts sagen, das ist nicht meine Baustelle, aber ich kann Ihnen erzählen, wie das uns heute vorgestellt wurde, also tatsächlich die Labors sollen alle angeschlossen werden, die Labors, die die Tests durchführen und die sollen alle, also wenn man sozusagen zum Test geht, dann bekommt man einen QR-Code. So, nun ist es aber so, dass es noch nicht flächendeckend verteilt ist, also dieser Prozess läuft wohl noch, dass die Labors angeschlossen werden, einige oder viele sind wohl schon, aber noch nicht alle und für den Fall, dass man also kein QR-Code beim Test bekommt, man muss auch angeben, wenn man getestet wird, ob man die App nutzt oder nicht, um diesen Code zu bekommen, dann wird es einen Verifizierungsprozess über eine Hotline geben, bei der man anrufen kann und die dann nachguckt sozusagen anhand verschiedener Fragen und auch mit Tanz, so habe ich es verstanden, ob man sozusagen die Person, die sich meldet, auch die Person ist, die zum Test gegangen ist, um das sicherzustellen und zu verifizieren. So und wenn man einen Hinweis bekommt, man kriegt den Hinweis auch erst dann, wenn über die App sozusagen die einzelnen Systeme miteinander gematcht wurden, also diese positiven Testergebnisse werden per QR-Code ständig ins System reingegeben und wenn sich dann einer meldet und hat diesen Code, dann kriegt der sozusagen automatisch die Verlinkung zu dem Testergebnis. So soll das sichergestellt werden oder eben über diese TAN-Nummer, sodass also nicht da wild irgendwelche Laborergebnisse da reinfließen, sondern die sind alle verschlüsselt und nur, wenn der Gegenschlüssel sozusagen ins System reinkommt, dann wird das Tor geöffnet und dann wird das Ergebnis von A nach B weitergegeben und dann kann derjenige aber auch selber noch entscheiden, ob er überhaupt seine Kontakte alle informieren möchte oder nicht. Also das ist ja nochmal ein nächster Schritt. Dadurch, dass ich weiß, dass mein Testergebnis positiv ist, habe ich immer noch die Wahl, möchte ich jetzt alle potenziellen Kontaktpersonen informieren, ja oder nein. Ich kann auch das Testergebnis durchaus für mich behalten und sagen, okay, ich will das jetzt erstmal anders verifizieren oder wie auch immer. So ist der Prozess im Moment angedacht. Aber die Labors sollen sukzessive alle angeschlossen werden, sodass es möglichst schnell ausschließlich über den QR-Proben laufen soll. Und was passiert in der Zeit, wo das Testergebnis noch nicht bekannt ist, also zwischen Abstrich und Testergebnis? Soll die Person dann in Selbstisolation oder ist das noch nicht klar? Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was die Nachrichten sind, die diese App sozusagen sendet. Also das ist noch nicht gezeigt worden. Also es gäbe heute Informationen und es gibt wohl Flyer und es gibt auch irgendeine Kampagnen, die wohl morgen gestartet werden. Ich nehme an, dass das da erklärt wird, aber ich habe die noch nicht gesehen. Dann eine andere Frage noch an Sie, Herr Salaté. Anfangs wurde ja auch die App in Südkorea gelobt. Wie effizient ist die App dort tatsächlich und vielleicht auch die Frage, inwiefern die datenschutzrechtlichen Bedenken, die ja durch die App hervorgerufen werden, inwiefern die zu rechtfertigen sind durch den Erfolg? Also ich kenne die Zahlen zum Erfolg jetzt nicht genau. Was ich weiß, ist, dass Südkorea eben schon sehr früh mit solchen Apps begonnen hat, zu experimentieren, insbesondere auch eben bevor eigentlich eine solche Bluetooth-Signalsendung überhaupt möglich war auf den Apple-Geräten. Also es war zwar möglich, Bluetooth-Signale zu senden, aber die App musste dafür immer an sein und im Vordergrund. Und das ist natürlich nicht operationell machbar. Man soll einfach diese App haben und die sendet dann im Hintergrund die Signale, ob die App jetzt an ist oder nicht. Und das war ein entscheidender Faktor, wenn ich das richtig verstanden habe, der auch zur relativ niedrigen Akzeptanz dieser App geführt hat. Das ist klar, weil da ja dann auch die Batterie völlig schnell runtergeht. Und dementsprechend, ich glaube, ist jetzt Südkorea auch mit neuen Ideen am Experimentieren. Ich habe kürzlich gehört eben von diesen Hardware-Geräten mit diesen, ja, entweder solche Tokens oder Armbänder, die man dann allenfalls an alle abgeben wird. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ich kenne die Details hier nicht genau und kann mich deshalb nicht genau dazu äußern, wie jetzt Zahlen, die rumgegeistert sind, Island, Südkorea, da musste man immer sehen, das waren keine Apps mit einem dermaßen hohen Datenschutzprotokoll, wie jetzt diese neuen Apps, die jetzt insbesondere in Europa auf den Markt kommen. Ja, gut und generell gibt es bereits Erfahrungen, welche Konsequenzen so eine Warn-App für wirtschaftliche Betriebe haben könnte, wo es dann ja oft eben schwer ist, die Abstandsregelung einzuhalten. Ich weiß nicht, ob da jemand von Ihnen da was zu weiß. Herr Salaté, vielleicht, Sie haben kurz genickt? Ne, ich habe genickt, weil ich es eine interessante Frage finde. Ich habe keine, keine konkreten Daten jetzt aus der Schweiz oder aus Italien gehört. Ich meine, die Schutzkonzepte, die sind ja sowieso gegeben mit oder ohne App, dass sich die Betriebe hier versuchen, natürlich auch eben diese Schutzkonzepte zu entwickeln, um die Pandemie einzudämmen. Da denke ich nicht, dass die App per se einen großen Einfluss drauf haben wird. Und vielleicht noch mal zu den Kosten, also es ist ja die Rede davon, dass die deutsche App 20 Millionen Euro kostete und vielleicht auch noch mal zweieinhalb bis 3,5 Millionen monatlich für die Schweiz war dann die Rede von 1,8 Millionen, sagt der Journalist oder die Journalistin. Ist die deutsche App zu teuer im Vergleich? Ist das eine Frage an mich? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich kann nicht, ich kann nichts zu den Potsen in Deutschland sagen. Ich glaube, so ein bisschen, wer sich berufen fühlt. Ich weiß jetzt nicht genau. Hier kann ich keinen, keinen Experten oder Experten als die perfekte Anspruchspartnerin finden, aber ja, ich meine, Sie kennen ja so ein bisschen den Vergleich zwischen den beiden Apps. Also ich, ohne mich hier jetzt ins Feuer zu begeben, ich würde sagen, was Frauen wichtig ist, ist, was Frau Teichert vorhin auch angetönt hat. Ich meine, die App-Entwicklung selber ist ein Teil, aber wie gesagt, letztendlich geht es um die Einbindung des ganzen Prozesses und das Personal dann auch, das benötigt wird und so weiter und ich glaube, da kann man dann wahrscheinlich am Schluss eine gute Rechnung machen, aber jetzt ist es wahrscheinlich noch zu früh zu sagen, wieso kostet diese App X und diese App Y. Dann noch, vielleicht kriegen wir noch zwei Fragen schnell durch, die erste dürfte recht schnell gehen. Muss die Bluetooth-Funktion immer eingeschaltet sein, damit die App funktioniert? Herr Salaté? Ja, die muss eingeschaltet sein, weil das ist die Basis der App ist über dieses Bluetooth-Protokoll. Und vielleicht kann ich gerade hinzufügen, das war nämlich auch bei uns in der Diskussion gerade, die nimmt auch nicht die anderen Bluetooth-Funktionen weg. Also man kann durchaus mit seinem Bluetooth-Kopfhörer und alles andere weitermachen und trotzdem funktioniert die App. Also das widerspricht sich nicht. Na, das ist ja schon mal positiv. Ja. Und dann vielleicht die allerletzte Frage, weil jetzt die Zeit auch schon wieder abläuft. Es gab im Vorfeld Kritik, dass auch mit dem dezentralen Ansatz die technologischen Bedingungen für Überwachung zumindest weiterentwickelt werden. Google und Apple wollen das Protokoll für die Kontaktermittlung dann ja auch direkt im Betriebssystem implementieren. Herr Salaté, finden Sie die Kritik gerechtfertigt? Ich bin nicht sicher, ob ich die Kritik überhaupt verstehe. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, ob sie gerechtfertigt ist oder nicht. Ich meine, der zentrale Punkt, oder das ist vielleicht das falsche Wort, der essentielle Punkt des dezentralen Ansatzes ist eben, dass man die Kontaktdaten, die man sammelt, eben nicht an eine zentrale Stelle weitergibt. Dass dies auf dem Betriebssystem eingebaut ist, ist meiner Meinung nach eigentlich grundsätzlich eine Stärke. Natürlich kann man dann sagen, ja gut, jetzt müssen wir halt einfach Apple und Google vertrauen, aber ich denke nicht, dass das ein sehr großer Schritt ist, weil wir benutzen diese Geräte ja schon täglich für unsere intimsten Geheimnisse und gehen eigentlich immer davon aus, dass was wir auf dem Gerät sammeln, zumindest wenn der App-Betreiber ganz klar sagt, es bleibt auf dem Gerät, dass es dann dann nicht irgendwie heimlich dann noch zu Apple und Google geht und davon gehe ich auch jetzt hier in dieser Schnittstelle davon aus. Gut, dann ist die Zeit jetzt auch schon um. Vielen Dank für die vielen Fragen. Wir hoffen, wir konnten alle beantworten. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie dabei waren und vielen Dank natürlich auch an Sie, Frau Beetsch, Frau Teichert, Herr Salaté für Ihre Zeit und zuletzt noch ungefähr in einer Stunde können Sie die Aufzeichnung des Pressbriefings über einen Link auf unserer Homepage abrufen und hoffentlich noch heute werden wir auch ein Transkript davon veröffentlichen. Ja, dann hoffe ich noch, dass es für alle so informativ war wie für mich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.